So, STRG L öffnet das Allianz-Krieg-Menü. Ihr seid es! Ifre sei Dank! Bitte holt uns hier raus! Das sind ja richtig viele! Das sind ja alle! Also, die stehen einfach in so einem Ding gegenüber! Erschraubt, ihr Schlammbeine! Sadaza hat genug von diesem Ort! Dann sind diese Trockenhäute also doch zu etwas gut! Ich hasse diesen Sumpf! Ich komme nie mehr her! Also, Kirsten scheint den Sumpf nicht so richtig zu mögen! Na gut! So viel dazu! Na gut, dann haben wir zumindest die ganzen Leute befreit! Das ist das hier von einer Art von Lage! Das ist halt super offen! Wer kann denn hier guten Gewissens sagen, dass das hier irgendwie eine gute Position ist? Ich meine, das ist das ja von allen Seiten angreifbar! Das ist halt, da könnt ihr halt, wenn ihr irgendwie mal dieses Lager hier überfallen wird, da könnt ihr von allen Seiten einfach alles kaputt machen! Immer irgendwie so einen Pfeil aus dem Busch! Da trifft, da finde ich dich ja nie wie jemand! Also, weil das Lager bekannt ist, das ist wirklich gut! Aber trotzdem so ein verteiltes Lager, das ist ja auch recht groß! Das fällt ja auf! Na, ich weiß ja nicht, dass es... Weil sich das hier ausgedacht hat, diesen Logistik-Alptraum hier! Ich hätte die Gefangenen doch etwas befreien sollen! Ich weiß ja schon, dass er da vorne irgendwo ist! Und jetzt... Wo ist denn jetzt hier vorne? Dann gebe ich direkt in den Weg, schreibe ich sie nichts! Tretet beiseite, Hellhals! Die hier gehört dem Todwasser-Stamm! Äh, wer jetzt hier... Hier sind zigtausend Leute, ich sehe leider nicht durch! Warum auch mal hier so viele Leute sind! Die ist uns bekannt, Oje! Eine Schwarzgardistenwilde, die den Überfall auf unser Volk angeführt hat! Im Namen unseres mächtigen Hists werde ich sie nun zerstückeln! Wenn ihr mit ihr sprechen wollt, dann macht es rasch! Soje ist durstig! Und Sites wartet! Ach, er sieht das! Äh, das ist eine gefangen gefesselte Ermorden! Naja, das ist das... Was soll sie machen? Die befreien uns dann so tun, als würde sie fair kämpfen, sie ihn trotzdem töten! Ich verdrehe die Augen! Ermorden? Wenn ihr einen Fisch ausnehmt, ist das dann Mord? Nein! Ihr habt nur Einwände, weil dieser Fisch aufrecht geht und ein Gesicht hat! Die Ojeel ist ein Tier! Ein Törichtes noch dazu! Der Todwasserstamm darf solche Tiere nicht am Leben lassen! Ja, das sind die Folgen... Warum sind hier so viele Spieler? Was machen die hier alle? Haut ab, ihr Penner! Ich zeige die Zähne! Eine Naga betet jeden Tag um derlei Folgen, Außenstehende! Schwarzgardisten schlängeln sich oft in das Revier der Todwasser! Zu oft! Wenn sie diese Ojeel zerstückelt vorfinden, wird sie das vielleicht endlich in ein offenes Gefecht locken! Dann ziehen wir ihnen die Haut ab wie Welsen! Wie Welsen? Ist er mit Zuckas reden? Ich würde erstmal mit Hauptmann Hostia? Sag mir der Name was! Diese Argonia sind verrückt! Bitte! Ihr dürft sie mich nicht töten lassen! Ich ergebe mich! Ich hatte nichts mit der Entführung der Leute dieser Echse zu tun! Ich schwöre es! Die behauptet aber was anderes und wir sind wir hier schon hier um zu richten! Das ist das... Was? Ich habe Zuckas! Wie immer sehen Jaxix funkelnde Nageraugen nur Rache und Zerstörung! Ich sehe Gelegenheiten! Diese Schwarzgardistin ist eine Überlebende! Überlebende sind nützlich! Wenn sie zu ihren Schwertverwandten mit Geschichten darüber zurückkehrt, was sie hier sah, vermeidet das vielleicht zukünftige Angriffe! Ja gut, ihr könnt aber auch das Falsche erzählen, dass wir das halt mit relativ wenig Personal gemacht haben! Die da freizulassen ist vielleicht auch nicht die beste Idee! Ich meine, das ist relativ wahrscheinlich, dass sie lügt, oder? Jetzt haut doch mal ab mit euren Scheißpferden hier! Also wirklich! Was machen die ganzen Leute hier? Haben die nichts besseres zu tun? Wie immer sehen Jaxix funkelnde Nageraugen nur Rache und Zerstörung! Wie schnell Jaxix vergisst, dass sie selbst eine Entführerin ist! Die Schwarzgardisten kennen den Stamm der Todwasser nicht so gut wie ich! Lasst diese Trockenhaut ihre Geschichte erzählen! Indem wir eine verschonen, versetzen wir hundert in Schrecken! Eine uralte Taktik, Beko! Aber eine sehr effektive! Ja, passt aber vielleicht nicht zum Firmenprofil! Das ist halt die Frage jetzt so ein bisschen, ob die Schwarzgardisten jetzt irgendwie das, das... viel Erfahrung mit dem Todwasser haben! Man könnte ja vermuten ja! Weil die haben ja doch einige Agunia dabei! Dann ist es ein Stückchen gleich besser als die sprechende Dings! Wenn man natürlich tatsächlich Ahnung hat, dass das mit der Kommunikation nicht so gut klappt! Jetzt hört doch mal auf, hier rumzollaufen! Haut doch mal ab, ihr Penner! Ach, immer großen Cancer! Na gut, ähm, ich will da vorzumachen, jemanden verhören! Mal sehen, was sie zu sagen hat! Diese Agunia sind verrückt! Bitte! Ihr dürft sie mich nicht töten lassen! Ich ergeben! Woher zum Vergessen soll ich das wissen? Es kamen eben von oben die Befehle, die Gefangenen zu bewachen! Ich habe nicht gefragt, wieso! Vielleicht hätte ich das tun sollen, aber ich habe zu Hause eine Tochter! Wenn ich die Befehle nicht befolge, hungert sie! Ich hatte mit diesen Entführungen nichts zu tun! Ich sage die Wahrheit! Ich sage die Wahrheit! Das kann ja jeder behaupten! Also mit dieser Aussage wirst du hier nicht lange leben! Ich sage die Wahrheit! Ähm, das ist sonst noch was, was du mir mitteilen möchtest? Bei Maras Gnade! Ihr würdet diese Naga eine Gefangene ermorden lassen? Ja? Nun, lasst mich doch nachdenken! Na schön! Es gab da jemanden, der ein paar der Gefangenen bei einem Verhör richtig in die Mangel genommen hat! Es ging um irgendein Residuum! Ja, das Residuum von Argon! Er fragte jeden danach! Sogar die Naga! Hm! Naja, aber trotzdem, das ist... Also jetzt nur, weil du im KZ halt auf dem Gefängnisturm standest, bis sie jetzt trotzdem mich entschuldigt! Also, ich habe nur Befehle befolgt! Also, du kommst hier nicht raus! Das ist ja immer noch eine Mitverantwortung! Also, was ist das für eine Erklärung? Ich habe eine Tochter, die zuhause rum hat! Ja, dann... Sollte man vielleicht einen Beruf aufnehmen, der ja nicht ganz so riskant ist? Also... Ja, vielleicht irgendein argonisches Relikt? Ich habe wirklich keine Ahnung, was dieses Residuum ist! Dem Vernehmen nach gibt es jemanden mit einer prallen Geldbörse, der bereit ist, ein Vermögen für jedes weiterführende Wissen zu bezahlen! Aber mehr weiß ich nicht! Bitte! Macht meine Tochter nicht zu einer Weise! Ja, das interessiert mich jetzt deine Tochter! Das ist allein deine Schuld! Du hättest ja auch genauso gut an einem Sumpflander sterben können! Also, wirklich! Das ist jetzt hier und das ist das... Jetzt, jetzt wir die Kinderkarte ziehen! Wo die Leute hart verhört wurden, hast du nicht die Kinderkarte gezogen! Äh... Äh... Tatsächlich macht mich so eine Kinderkarte noch weniger willens irgendwie so eine Story zu glauben! Die Schwarzgarde sucht also nach dem Residuum! Das sind... ...schlechte Neuigkeiten! Trotzdem wird es keine Leben retten, wenn eine gefesselte Gefangene getötet wird! Freundin Jaksik hält das für Gerechtigkeit! Das ist es nicht! Lass die Schwarzgardistin frei! Verschont ein Leben und wir können womöglich viele andere retten! Ja, aber das sehe ich nicht! Weil offensichtlich wird die Schwarzgarde ja von Leuten angeführt, denen es total egal ist, was den anderen Leuten passiert! Ich meine, das ist... Das funktioniert so nicht! Das ist ja kein... Das ist ja keine Gemeinschaft in dem Sinne, die untereinander irgendwie Sachen verhandelt! Weil... Sie hat gerade selber gesagt, sie hatte keine Ahnung, was mit den Gefangenen los ist! So, das sagt mir das im Umkehrschluss, dass die... höheren Abteilung, quasi das Offizierscasino... ...wird sich wenig Sorgen um die Schläger machen! Insofern ist das komplett Wurst, was die erzählen! Da geht vielleicht ein bisschen die Moral down, aber da kann man halt neue Leute anhören! Also wirklich, das ist... Ja, es handelt sich um Söldner! Moral ist irgendwie wichtig, aber auch erst nur in dritter Instanz! Das heißt doch hier, es gibt da gutes Geld hinterher! Dann ist halt mehr Geld, dann ist die Moral auch direkt wegfinanziert! Ja, das... Bist du dir ja so sicher? Ich kann mir da nicht sicher sein! Doch das ist nichts Schlechtes! Nichts führt zu mehr Todesopfern, als der Drang nach Gewissheit! Ihr habt viele Schwarzgardisten getötet und ihrem Vorhaben ein Ende bereitet! Lasst diese Trockenhaut ihren Freunden davon berichten! Dann werden sie wissen, was Angst ist! Ah, ich weiß ja nicht, dass das alles ist! Da muss ich ja noch mal kurz mit der Gegenseite reden! Also ich meine, das ist das... Das wir überlassen einen Überleben, um das erzählen, das... Das wird mich am folgenden Weg, das wird noch sein! Aber... Ich glaube nicht, dass das in diesem Fall einen Unterschied macht! Äh, ich muss noch mal ein Wort nachdenken! So, äh... Diese Wilde lügt so leicht, wie sie atmet! Sieht euch die Augen an! Den Schweiß auf ihrer Stirn! Er stinkt nach Täuschung und Feigheit! Jetzt spricht sie vom Residuum von Argon! Sie muss sterben! Diese Uriel ist eine Lügnerin und die Brut von Lügnern! Nein! Soyei und ich werden sie töten! Naja, die ist aber tatsächlich auch nur mittleres Management, ne? Also wenn überhaupt... Eher nicht... Nicht mal Management! Eher so... Bodenarbeit! Stiefel! Und was ist, wenn du daneben liegst? Das tue ich nicht! Bei meiner Verfolgung habt ihr Schleue und bei dem Überfall Stärke bewiesen! Wenn ihr nun angesichts einer wimmernden, verräterischen Trockenhaut ins Stocken gerietet, würde mir das den Magen umdrehen! Sie sagt, sie hat eine Tochter! Sie hat viele Töchter getötet! Das endet nun! Warte! Bitte nicht! Nein! Jetzt ist Zugast bestimmt ziemlich traurig, oder? Ich seufze mit Befriedigung! Ihr versteht die Wahrheit, Oyel! Ein Raubtier, das verwundete Beute schon, zeigt Schwäche! Schwäche bringt Herausforderer! Der Todwasserstamm duldet keine Herausforderer! Ihr wart heute nützlich! Sollten wir uns wieder treffen, werde ich euch nicht töten! Ach, der ist ja lieb! Das Ding ist, in diesem Fall glaube ich nicht, dass die Schwäche irgendwie andere raubt! Ich meine, das ist... Schwäche bringt Herausforderer? Ja gut, das wissen die ja nicht, ob wir jetzt hier Schwäche gezeigt haben oder nicht! Wenn jemand übergelassen wird, das ist... Das kommt ein bisschen auf die Umstände an! Das ist ja nicht so eindimensional! Also, diese Erklärung, wie rum ist er auch wieder schlecht! Na gut, äh, irgendwelche Ahnung, was das Residuum von Argon ist! Ich zeige die Zähne! Es ist ein Geheimnis des Hists! Eines von der tödlichen Sorte! Ihr habt heute euer Nagerherz bewiesen, weshalb ich euch diese eine Warnung geben will! Das Residuum ist nicht für euch! Geht und sagt eurer bleichen Herren Famya, dass sie diese Sache aufgeben soll! Oh, ich werde immer darüber eine Kenntnis setzen! Ich zische vor Wut! Wie erfuhren diese Urjel-Bestien vom Residuum? Wir finden es heraus, Yaksik! Sofern ihr sie nicht alle tötet! Na, sie wusste ja offensichtlich nix! Das war jetzt ein schlechter Wort! Freundin Famya wartet auf euch, glaube ich! Gab es etwas, was ihr brauchtet? Und nu? Jetzt, wo die Schwarzgarde nach dem Residuum von Argon sucht, ich werde zu meinem Stamm zurückkehren und ihnen die schlechte Nachricht überbringen! Als Hellhals-Herold hätte ich das kommen sehen sollen! Ich verspüre ein beachtliches Maß an Schande, Beko! Er ist ein Herold! Wir haben diese Schwarzgarde leicht genug besiegen können! Na ja, leicht genug! Das ist das... Die waren ja auch leicht überrascht! Die liefen ja nur doof rum in einzelne Gruppen, das war jetzt nicht organisiert! Das stimmt! Aber wir wissen nichts über die Person, die sie führt! Es reicht nicht, zehn Speerameisen zu töten! Man muss die Königin finden! Denn sonst zerstampft und schlägt man nur für immer da! Die Schwarzgarde zählt hunderte von Mitgliedern! Yaksik mag das anders sehen! Aber wir können sie nicht alle töten! Hundert? Das ist jetzt echt keine große Zahl! Das ist ja... Das ist ja quasi an zehn Händen abzuzählen! Oder an 20 Händen abzuzählen, bis die alle tot sind! Das waren ja gerade schon 20, 30 Mann! Das ist ja schon irgendwie ein signifikanter Anteil! Und so rekrutieren für eine Söldnerband ist ja auch nicht so einfach! Und die müssen nur noch bezahlt werden, vielleicht noch ausgebildet werden... Das ist ja so... Die sind ja nicht unendlich groß! Na gut, hast du auch einen Plan! Nein! Es ist nicht die Zeit der Eile, Beko! Irgendwann können wir die Person vielleicht finden, von der Yaksiks gefangene sprach! Doch bis dahin kann das Residuum schon lange weg sein! Ich muss versuchen, es vorher zu erreichen! Ah ja! Na gut, das ist ein Histgeheimnis! Das spricht ja wie viel dafür, dass das... Dass wir vielleicht mal einen Baum fragen sollen, ob der uns nicht freundlicherweise mehr erzählt, ne? Wäre eigentlich das einfach so, oder nicht? Na gut, dann haben wir heute mal wieder gezeigt, dass wir nicht die Schuppe der Gnade kennen! Nein, nein! Der Ball wird nur mit Schlamm bedeckt, wenn zu schnell Punkte erzielt werden! Sind das die Leute, die hier Fachsinn bilden über den komischen Dingswingssport? Trifft man die Wand, erhält man einen Punkt! Außer es regnet natürlich! Dann bekommt man zwei! Was? Die Partie ist verloren, wenn der Ball durch den höchsten Ringen geht! Es sei denn, die Monde sind beide mehr als... Ich verstehe das einfach nicht! Was für ein Spiel hat so viele Regeln? Wie merkt ihr euch die alle? Die sollten vielleicht schöne Diagramme malen! Winter? Ich schaff das nicht! Mir will einfach nicht in den Kopf, wie schräg man dieses Spiel spielt! Da kann ich jetzt auch einfach aufgeben! Äh, was? Es ist dieses Hüft- und Ballspiel! Ich habe versucht es zu verstehen, aber es gibt einfach zu viele Regeln, die man beachten muss! Vielleicht lügen die die einfach nur an und denken sich gerade irgendwelche lustigen Regeln aus! Ich will nicht spielen, ohne zumindest die Grundlagen zu kennen! Hört mal! Ihr scheint vernünftig zu sein! Vielleicht wisst ihr etwas über diesen Sport! Nur die wichtigsten Regeln, aber klar umrissen! Ich könnte ganze Erntezeiten mit diesem Kuda verschwenden! Und trotzdem würde er die Wege des Theba-Hatseys nicht lernen! Ja... Trockenhäute nennen es Hüft- und Schwanzball! Zwei Fünfer-Mannschaften spielen nur mit Hüften, Ellenbogen und Schwänzen! Trifft der Ball die Schlammwand der anderen Mannschaft, erzielt man einen Punkt! Und dann gibt es natürlich noch die beiden roten Ringe! Das macht es aber schwierig das Spiel für nicht Dagonia zu spielen! Weil selbst die Khajiit werden wahrscheinlich... Naja, wahrscheinlich die Khajiit können uns wahrscheinlich auch nicht spielen! Ein Ring hängt 30 Hände hoch, der andere 50! Trifft der Ball den unteren Ring, bekommt die Mannschaft drei Punkte! Trifft man den oberen Ring, endet das Spiel! Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt dann! Klingt doch erstmal einfach! Nun, das sind die Grundlagen des Spiels auch! Aber ohne alle Regeln zu kennen, kann man nie wirklich erfolgreich sein, wenn man einen Sport betreibt! Warum der Waldelf überhaupt spielen will, weiß ich allerdings nicht! Ist mir auch absolut unverständlich! Wenn ihr dazu bereit wärt, dann tut es bitte! Ja, hat er noch was zu sagen? Ich könnte diese Zeit mit Üben verbringen! Stattdessen muss ich diesem Oiel derart simple Regeln erklären! Hey! Ich schaff das nicht! Es ist dieses Hüft und Ball! Ich will nicht spielen, ohne zumindest die Grundlagen zu kennen! Hört mal! Ihr scheint vernünftig zu sein! Vielleicht wisst ihr etwas über diesen Sport! Nur die wichtigsten Regeln! Aha! In Ordnung! Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden! Was? Was? Das hat er vorher nicht verstanden? Was ist das jetzt machen? Na schön! Das Treffen der Wand bringt einem einen Punkt! Der untere Ring bringt drei Punkte! Und der obere Ring beendet die Partie! Ist das nicht so? Endlich hat er es verstanden! Wohlan denn! Den Rest der Regeln erklären wir im Spiel! Das ist vielleicht leichter! Aber er hat doch keinen Schwanz! Wie soll er das spielen? Hä? Endlich verstehe ich alles! Es brauchte nur jemanden, der es mir richtig darlegt! Danke meine Freundin! Habe ich nicht Wort für Wort das gleiche gesagt wie er? Wie wunderbar! Jetzt müssen wir uns, wer weiß wie lange, mit diesem Kuda herumschlagen! Wenigstens will er nicht Teba Eno spielen! Selbst ich habe Schwierigkeiten, mich an die Regeln dieses Spiels zu erinnern! Ach das war das andere, was der Ork verstehen wollte! Wenn ihr doch nur jedes Mal kommen würdet! Wenn eine Trockenhaut unser Spiel spielen will! Ich zeige die Schuppe der Dankbarkeit Beko! Ich habe mal nicht rausgefunden wie die Schuppe der Dankbarkeit ausliegt! Aber sie sieht bestimmt klasse aus! Nun jod! Wir wollen zurück nach Lilmott! Die Schuppe der Dankbarkeit! Fahm hier auf der ganzen Schicht ziehen und dann haben wir es!